Warum sind Juristen so teuer? Man hört auf diese Frage immer wieder, dass es leider eine Gebührenordnung gibt und Juristen nicht billiger arbeiten dürfen, als es diese Ordnung erlaubt. Da ist nur ein Schönheitsfehler. Seit immer schon stellen Juristen im Nationalrat die Mehrheit. Wenn das wirklich ein Problem wäre, könnte man diese Gebührenordnung morgen schon los sein.